Zurück bei Hellblade Sinua's Sacrifice. Haben wir jetzt diese blöde Brücke geschafft? Wir gehen jetzt am Tor vor Hela. Hela? Jetzt schauen wir, was uns da erwartet. Wartet uns der nächste Bosskampf? Wartet uns der finale Bosskampf? Was erwartet uns? Was passiert, wenn sie stirbt? Darf ihr nicht laufen? Wir werden uns alle sterben. Und wenn alle weg sind, werden sogar die Gäste sterben. Wir wollen nicht sterben. Ich will nicht sterben. Sinua? Stopp! 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 Warum ist sie nicht weg? Stopp! Warum ist sie nicht weg? Sie will nicht stoppen. Stopp! 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 Geh nicht weiter. Stopp! Stopp! Ich will nicht sterben. Ich bin sorry. Ich habe nicht gefragt, dass ich mich ein Teil von mir sein soll. Ich will nicht sterben. Wenn Sie nicht sterben mit mir mit mir, dann verlassen Sie mich allein. Stopp! Stopp! Ich will nicht sterben. Bitte stopp! 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 Sie haben sie echt gemacht. Nein! Nein! Bitte, bitte, bitte! Bitte, bitte, bitte! Seid ihr Seid und lasst die Senua von alten. Denn dort ist eure Schwierigkeit. Und die Schmerz wird sie finden. Es ist nicht so wie die alten Geschichten, ist es? Die noble Warrior facing evil in search of victory and honor. Clear Dividing Lights. Nein! Dieses Ort ist nicht so wie das. Es ist als ob es weiß, dass das true Torment liegt. Es ist ein Ort in den Augen. Er ist nicht die Erinnerung. Sie können nicht zufrieden. Sie können nicht zufrieden. Dies ist ihr Hell. Sehr schön aus, sehr einladend. Kann man jetzt mal so sagen. ihr seht? gaps wir sein wir haben wir starki gesend, des weiss Senor! Siehst du es, Senor? Siehst du die Dunkelheit? Siehst du Angst und Angst? Siehst du es. Siehst du die Dunkelheit? Siehst du es. Sie hat nichts mehr zu gefährden. Die Dunkelheit haben deine Mutter gegründet. Durch meine Hand. Sie töten sie. Das ist die Wille der Dunkelheit. Die Dunkelheit! Du hast das gemacht! Warum? Die Dunkelheit! Das ist das, was passiert, wenn du die Vösen der Unterwelt hörst. Sie schreien in dein Herz und zerbrechen dich von der inside. Die Dunkelheit wie deine Mutter und die Dunkelheit kommt für dich, auch. Du verstehst, Senor? Die Dunkelheit. Ich verstehe. Ich verstehe. Die Dunkelheit. Ich bin nur ein Kind. Ich bin nur ein Kind. Sie hat diese Dunkelheit gegründet. Sie hat diese Dunkelheit gegründet, damit du sie schüttest hinter dem. Ich bin nur ein Kind. Die Dunkelheit was fürs Heiligen. Das ist das Weg der Dunkelheit. Es war alles eine Lüte. Du bist eine Lüte! Sie war nicht gegen die Götter. Sie war gegen dich. Und so hast du sie getötet. Du bist nicht gegen die Götter. Du bist gegen deine Mutter. Du bist eine Mutter, die zu weinig um die Götter und die Böden. Du hast sie getötet. Du hast sie getötet. Du bist die Götter. Die Götter, die Jahre der Isolation, die Angst, die immer noch schütte dich. Es war die einzige Weg, um die Götter in dich zu kämpfen. Du bist ein Lüte. Die Götter ist entzündig, wenn du dich verletzt hast. Du bist ein Lüte! Nein, irgendwo. Die Götter ist hier. Du kannst dich wegwerfen. Und du wirst sie sehen, wie du dich schüttest. Du wirst sie schüttest. Ich werde dich nicht töten lassen. Oh nein. Ich schon wieder. So. Oh oh. Und wieder so ein blöder Kampf. Oh komm. Oh, ich kotze hier gleich, ey. Ich will doch gar nicht den da... Ah, komm. Ah, schön, ich bin schon Musik. Komm. 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 Na. Ja genau. Komm doch mit noch mehr Gegnern. Ja! Ah, genau. Ah, komm. Ah, jedenfalls haben wir ein geiles Schwert. Ach, komm. Hä? Wo? Ah, von hinten. Von hinten, von hinten, von hinten. Ja. Komm. Komm. Komm, komm, komm. Ah, wofür. Aber warum? Hmm. Ich kann mich durch deine Schmerzen sehen. Du bist ein Lüge und ein Mörderer. Und wenn du wirklich bist, Hella, dann habe ich eine Sorte hier, die kann ein Gäste töten. Wo kann ich jetzt hier lang? Och, schon wieder. Och, schon wieder so ein Kampf. Ich kotze. Wir haben immer die gleichen Kämpfe. Also, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß, dass er hier ist. Ich bin ernsthaft. Oh, komm. 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 Gehen. Nein! Warum hat er mich denn erwischt, wenn ich gerade ausgewichen bin? Das ist doch ein Witz. Lügenbaron hoch 10. Ah, jetzt kommt dieser Feuertypi. Was? Zwei von denen? Oh, nee, ne? Oh, ich kotze hier. Oh, gib mir doch hier. Ja, ich bin doch... Ich dreh hier noch durch. Oh, ist das ne... Mmm. Hmm. Na, komm. Ah. Wird der nächste Kampf der Kampf gegen Hela sein, werden wir wieder so zigtausend Leute besiegen müssen. Das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part zu Hellblades in your Sacrifice. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Tschö, tschö.